Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Stream vom Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung. Es geht darum, heute einen neuen Kollegen vorzustellen, den Mike Breitbart. Mehr nach dem Intro. Und da ist er auch schon. Mike, herzlich willkommen. Hallo Tobias. Ja, Mike, du hast zum 15.9. bei uns im Fachbereich angefangen als Referent für Erwachsenenbildung. Und ja, viele, die das jetzt sehen, dürften ja auch denken, der Name kommt irgendwie bekannt vor, dein Gesicht bekommt oder kommt bekannt vor. Du bist ja auch kein Neuer in der EKHN. Woher kann man dich kennen? Ja, du hast vollkommen recht. Ich bin jetzt fast 25 Jahre im kirchlichen Dienst und davon fast 20 in der EKHN. Man kann mich kennen aus dem gemeindepädagogischen Dienst an der Bergstraße, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Evangelischen Hochschule, in der Erzieherin- und Erzieherausbildung am Elisabetenstift oder aus meiner letzten Tätigkeit als Referent für den gemeindepädagogischen Dienst. Du bist jetzt ja bei uns als Referent für Erwachsenenbildung. Erwachsenenbildung, das klingt jetzt ja erstmal sehr, sehr umfassend für einen Fachbereich Erwachsenenbildung. Aber was sind denn genau deine Arbeitsschwerpunkte? Ja, gut, dass du es sagst. Ich habe nur einen Teilaspekt aus diesem Fachbereich, auch wenn es heißt Erwachsenen- und Familienbildung. Mein Schwerpunkt ist die Erwachsenenpädagogische Grundqualifikation, die Fachberatung für die Fach- und Profilstellen und die Erwachsenenbildung in den kirchlichen und Gremien der öffentlichen Hand zu vertreten. Okay. Du hast ja jetzt bestimmt mit gewissen Erwartungen auch den Job jetzt angefangen. Da freuen wir uns übrigens jetzt total, dass du, ich sag mal, jetzt auch bei uns bist. Hast du dir irgendwelche thematischen Schwerpunkte schon mal vorgenommen oder was vorgenommen, was du unbedingt machen möchtest? Ja. Als Erwachsenenbildner, ich habe Erwachsenenbildung studiert, hat mich total gereizt, hier das Format Train the Trainer zu entwickeln. Das ist jetzt auch das erste Projekt, was ich angehen werde. Also Train the Trainer hat im Fachbereich schon eine Tradition. In den letzten Jahren wurde weniger so eine systematische Fortbildung angeboten, sondern einzelne Aspekte. Und meine Aufgabe wird es jetzt sein, eine zusammenhängende Weiterbildungsreihe Train the Trainer zu konzipieren. Und darauf freue ich mich schon total. Und es werden jetzt die ersten Schritte in den nächsten Wochen auch sein. Gibt es irgendetwas, was du dir für deinen Start wünschen würdest? Sei es jetzt von den Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich, aber auch von den Menschen, mit denen du nachher arbeitest? Ja, ich bin ja schon vier Wochen da. Das heißt, viele Wünsche sind schon in Erfüllung gegangen, eine herzliche Aufnahme. Ich kannte schon einen großen Teil der Kolleginnen und Kollegen dich hier im Fachbereich. Und die anderen Kolleginnen, die ich noch nicht kannte, haben mich total herzlich aufgenommen. Also von daher bin ich im Moment wunschlos glücklich, was den Fachbereich angeht. Und ja, was wünsche ich mir im Land? Ich merke gerade, EKN 20 als der große Veränderungs-Transformationsprozess beschäftigt ganz viele. Wir sind sehr viel in der strukturellen Frage unterwegs. Und ich wünsche mir einfach, dass Leute auch inhaltlich wieder die Zeit finden, sich mit inhaltlichen Themen, mit erwachsenenbildnerischen Themen auseinanderzusetzen und auch zu schauen, was Erwachsenenbildung inhaltlich heute zu bieten hat. Und wenn ich jetzt Fragen, Anregungen, Kommentare habe, wie erreiche ich dich denn am besten? Ja, asynchron über Mail. Man kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anschreiben, wenn man das möchte. Ich arbeite dann die E-Mails zur Bürozeit ab. Das ist eine Form der Kontaktaufnahme. Man kann mich hier im Fachbereich erreichen. Und wenn ich unterwegs bin, wird man auf das Handy umgeleitet. Genau. Die Kontaktdaten, die werde ich in die Videobeschreibung natürlich nochmal mit reinnehmen. Und ja, ansonsten, ich freue mich riesig, dass du jetzt angefangen hast bei uns. Ich freue mich auf die gemeinsamen Projekte, auf unsere Schnittstellen. Und ich bin einfach mal jetzt total gespannt auch auf deine Arbeit. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Und ja, von meiner Seite aus alles Gute für den Start in die neue Arbeit. Vielen Dank, Tobias. Dann auch zu Hause und in Empfangsgeräten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.